So, das ist halt meine Rüstung. Das ist halt dieser Gammelkolben. Ja, das ist mir jetzt Schwert. Was ist das, was ich jetzt hier noch? Was ist das, was ich jetzt hier noch mal. Das ist richtig, das ist wie ein Schiff. Das ist richtig, das ist ein Schiff. Das ist das, was ich hier noch mal richtig war. Und wenn ich jetzt noch mal auf den Rüstungen ausgleiche, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Boni reingeknallt und halt Fertigkeiten Schmiede kommt halt auf 100 Schmiede und Rüstung halt auch hoch einhändig auch ein paar Pörks drauf gepinnt Schmiede und Schmiede